Hallo, ich bin die Sarah, ich mache Lehre bei Magna als Mechatronikerin und ich bin im zweiten Lehrjahr. Also ich finde das Elektrische am besten, das taugt mir voll und das lernen wir da auch voll gut. Wir machen sehr viele Schaltungen, tun wir aufbauen und so und die tun wir dann messen und das taugt mir halt voll, weil das auch eine Abwechslung ist zwischen Elektrik und Mechanik. Ich will meine Lehre positiv abschließen und mal schauen vielleicht, wie ich die Matura auch noch dazu mache. Ich will meine Lehre, die Matura auch noch dazu machen.